Ich wette, ich schaffe es, dass du mit geschlossenen Augen siehst. Glaubst du mir nicht? Dann probiere es jetzt einfach aus. Schau die ganze Zeit in die Mitte von dem Gesicht. Schau einfach auf das blaue Herz. Schau nur dorthin und versuch so wenig wie möglich zu blinzeln. Gleich, wenn ich dir ein Zeichen gebe, wirst du eine richtig krasse Illusion sehen. Alles, was du dafür dann tun musst, ist einfach an die Decke oder an die Wand zu schauen und so schnell zu blinzeln, wie du kannst. Dann wird etwas Unglaubliches passieren. Sag mir auf jeden Fall, was du dann siehst und lass ein Like und ein Follow da für mehr solche Videos. Achtung, ich zähle jetzt von 5 runter und dann musst du an die Decke oder an die Wand schauen. 5, 4, 3, 2, 1 und schau an die Decke oder an eine Wand und blinzeln so schnell du kannst. Und siehst du es? Denn...